Herzlich Willkommen zu meinem neuen Video auf meinem Kanal. Ich bin Mel's Manga World oder einfach nur Mel und wir sprechen heute über ein Thema, was mich momentan sehr beschäftigt. Und ich muss sagen, es ist auch ein bisschen witzig, da ich jetzt erst meine komplette Manga-Sammlung hochgeladen habe. Bedeutet, ihr konntet meine gesamte Sammlung sehen auf meinem Kanal. Könnt ihr gerne auch noch nachholen, aber ich muss gestehen, ich habe tausend Manga davon verkauft. Ich habe mich dazu entschieden, mich von einem Teil meiner Sammlung zu trennen. Einfach, weil ich mittlerweile einfach ein bisschen anders über das ganze Thema denke. Ich möchte euch heute in diesem Video einfach meine Beweggründe zeigen und einfach ein bisschen über das Thema abbrechen oder beziehungsweise aussortieren, quatschen. Es ist einfach ein Thema, was viele bewegt, aber man spricht nicht so gerne drüber, weil es einfach, es fällt einfach super, super schwer, sich von Manga zu trennen. Einfach, es sind für mich halt auch so wie meine kleinen Babys, die ich halt einfach sammle beziehungsweise einfach super gerne lese und das ist meine Leidenschaft, mein Hobby seit über zehn Jahren und es ist mir auch nicht einfach gefallen, mich davon zu trennen, aber wir starten einfach mal direkt rein. Als erstes müssen wir darüber quatschen, warum ich gewisse Manga-Reihen weitergelesen habe, obwohl sie mir vielleicht gar nicht mehr so gut gefallen haben. Eine der Hauptgründe war, dass ich schon so viel Zeit, also Lebenszeit und Leben in diesen Manga investiert habe, dass ich mir jetzt denke, okay, ich habe davon schon 15, 16, 17 Bände gelesen, dann kann ich es doch auch noch bis zum Ende durchziehen, gerade wenn man schon irgendwie 15, 16 Bände davon gelesen hat und die Reihe hat zum Beispiel nur 18 oder so. Aber für mich ist es dann halt einfach so, okay, ich setze mich dann teilweise hin und ich habe einfach gar nicht mehr so die Lust, diesen Manga zu lesen und ich denke mir beim Lesen, okay, wie viele Seiten hat der noch, wie lange brauche ich noch, bis ich da durch bin oder ich konzentriere mich gar nicht mehr so wirklich, wenn ich Dinge nicht verstehe, dass ich da nicht nochmal nachblätter. Das kommt bei mir wirklich teilweise vor. Es ist einfach viel, viel, viel zu schade um die Zeit, weil man hat einfach nicht mehr so viel Zeit, wenn man arbeitet und nicht mehr zur Schule geht, wenn ich auch noch zum Beispiel ins Gym gehe, ich habe eine Beziehung, ich habe Familie, ich habe Freundinnen, die ich mich kümmere und mich möchte ich mich ja auch noch kümmern und hat ja auch noch andere Dinge, mit denen man sich beschäftigt und schlafen will, man ja auch noch und man muss einfach, wenn man weniger Zeit hat, das sich besser einteilen und dann kann ich einfach nicht meine Zeit dafür nutzen, um Manga zu lesen, die mich nicht 100% glücklich machen oder die ich enjoye, meiner Meinung nach. Dann gibt es natürlich auch so dieses Thema Hype, Hype-Manga. Man redet, boah, dieser Manga ist peak, den musst du gelesen haben, der ist großartig. Alle lieben diese Reihen und man denkt sich dann beim Lesen manchmal so, okay, wieso feiere ich die Reihen nicht so krass? Zum Beispiel geht es jetzt gerade bei mir so bei Slam Dunk. Ich finde Slam Dunk an sich spaßig, aber irgendwas fehlt bei mir noch. Es kann sein, dass es jetzt mittlerweile dann noch besser wird, weil viele sagen, okay, am Anfang ist es mehr Comedy und das ist ja eh nicht so mein Genre. Aber wenn so mehr Sport dazu kommt, dann kann es sein, dass es umschlägt. Ich werde auf jeden Fall Slam Dunk nicht abbrechen. Also da werde ich noch weiterhin eine Chance geben, einfach ich liebe Inoue. Und das ist auch so das Ding, wenn man Mangaka hat, die man super feiert, zum Beispiel in dem Fall Vagabond, das ist mein Lieblingsmanga, dann will ich halt irgendwie alles andere von ihm auch lieben. Aber so darf man einfach nicht denken. Es wird Werke geben von Mangaka, die ihr nicht feiert, auch wenn ihr gewisse andere Reihen von diesen Mangaka mögt. Das wird so sein. So ist es auch bei Dawn of Arcana, also bei Rai Toma. Diese Reihe liebe ich. Aber andere Reihen von ihr, vor allem ihre Einzelbände, die sagen mir überhaupt nicht zu. Eine Reihe, die ich abgebrochen habe, ist zum Beispiel jetzt Planetess. Und das tut mir super leid, weil ich zum Beispiel von Sören so oft darüber höre, wie er davon schwärmt. Er liebt Planetess und ich habe mich so auf diese Neuauflage gefreut. Aber beim Lesen, ich merke, okay, es ist schon interessant, aber irgendwie, ich enjoy es nicht so krass, wie ich dachte. Und ich weiß es nicht, es kostet halt auch relativ viel Geld und irgendwie denke ich mir, ich könnte das Geld irgendwie auch anders nutzen und vor allem eben auch diese Lesezeit. Und mir tut es im Herzen weh für Sören, aber auch eben, weil ich Vinland-Saga vom selben Mangaka so sehr liebe. Und dann verstehe ich einfach nicht, warum gefällt mir Planetess jetzt nicht. Ich liebe das Weltall. Ich finde es so super interessant. Planeten, Sterne, alles Mögliche, Astronauten. Aber irgendwie, ich weiß es nicht, beim Lesen, vor allem der Lesefluss ist so zäh in meinen Augen. Vielleicht muss ich es mal mit dem Anime probieren. Ich habe keine Ahnung, aber Planetess ist zum Beispiel rausgeflogen. Es ist ja nicht so, dass nur Reihen rausgeflogen sind, die ich jetzt aktuell zum Beispiel gelesen habe, sondern ich habe mich auch von Reihen getrennt in meiner Sammlung, die schon seit zehn Jahren jetzt in meiner Sammlung stehen, die ich aber nie wieder lesen würde. Also ich habe sie damals gekauft, mit 14 Jahren oder so. Da hat Tokio Pop vor allem sich auf Shoujo spezialisiert. Damals, da kamen super viele Romance raus und ich habe es geliebt. Ich habe so viele Romance-Reihen gekauft von Tokio Pop, die einfach jetzt überhaupt nicht mehr meinem Geschmack entsprechen. Dieses ganze School-Romance-Setting, das ist, ich bin total übersettet. Ich habe da gar keine Lust mehr drauf. Diese Naivchen, also die Mädels, die dann sich denken, oh mein Gott, indirekter Kuss, wenn wir aus dem selben Glas trinken. Und die ganzen Wiederholungen, die passieren, ist einfach nicht mehr meine Welt. Und ich bin ehrlich mit mir, ich werde die Dinge nicht mögen, wenn ich sie rereade. Ich habe mir gesagt, ja, ich werde sie erstmal rereaden. Aber ich denke, wieso, wieso soll ich jetzt meine Zeit dafür verschwenden? Es ist in dem Fall wirklich verschwenden, weil ich weiß es immer, wenn ich jetzt so ein School-Romance-Setting kaufe und anfange, ich mag es nicht. Und wenn ich das doch jetzt schon weiß, es ist halt, ich muss akzeptieren, dass sich Geschmack verändert. Und ich muss es da nicht in meiner Sammlung stehen haben. Für mich sage ich, ich will wirklich nur Sachen in meiner Sammlung stehen haben, die ich entweder nochmal lesen würde, die mir super am Herzen liegen, weil ich irgendwie eine Verbindung damit habe, weil ich zum Beispiel das jetzt in einem Bodyread gelesen habe und dadurch irgendwelche Erinnerungen daran habe. Aber alles andere wird ausziehen, auch wenn es gut ist. Weil ich mir sage, wieso soll ich es dann behalten? Ich denke mir, okay, irgendwann muss ich auch ausziehen, beziehungsweise möchte ich ausziehen, ich möchte mit meinem Freund zusammenziehen, man möchte vielleicht auch eine Familie gründen. Ja, er hat ja auch Hobbys und wenn man dann ein Kind hat, dann hat man auch ein Kinderzimmer und nicht überall Platz für Manga. Gerade geht es noch, aber irgendwann halt nicht. Und ich denke halt auch für die Zukunft. Und es ist super schwer für mich, Wesen, diesen Schritt zu gehen. Aber mittlerweile bin ich super zufrieden damit und ich bin froh, dass ich diesen Schritt gegangen bin oder gerade noch gehe, weil es wird sich jetzt auf jeden Fall ziehen, bis ich diese ganzen Manga aussortiert habe, beziehungsweise bis ich sie an einen Mann oder Frau gebracht habe. Das wird sich ziehen und es ist anstrengend. Ich bin auch der Meinung, dass Manga, die schon Ewigkeiten sich auf dem Lesestapel befinden, dass die ausziehen können. Ich verstehe es, dass es einem irgendwie schwerfällt, Manga auszusortieren, die man zum Beispiel noch nicht gelesen hat. Das verstehe ich. Aber die Frage ist, wieso liest du denn diesen Band nicht? Klar, vielleicht ist man gerade nicht in der Stimmung dazu, diesen Band zu lesen. Kann wirklich sein, aber bei manchen Werken merke ich es auch, wenn ich sie kaufe. Ich hatte das wirklich bei aktuellen Neuheiten, dass ich sie gekauft habe und dann habe ich sie ausgepackt. Ich dachte, boah, jetzt muss ich den nächsten Band lesen. Und solche Gefühle will ich einfach nicht haben. Ich mache mir dadurch mein Hobby kaputt. Das ist wirklich so. Ich habe wirklich gemerkt, ich mache mir dadurch mein Hobby kaputt. meine Leidenschaft zum Manga. Und ich will dieses Hobby und diese Leidenschaft nicht aufgeben. Ich werde alles dafür tun, dass dieses Hobby weiter entflammt. Und deswegen ist dieser Step für mich auf jeden Fall das Richtige. Ich habe keine ungelesenen Manga aussortiert. Die habe ich alle gelesen. Also mein Lesestapel ist eh relativ klein. Also ich habe 50 ungelesene, circa auch 4.000 Manga. Mittlerweile sind es jetzt 3.000, weil ich ja 1.000 aussortiert habe. Aber deswegen, ich verkaufe die Manga, die ich schon gelesen habe. Selbst wenn ich sage, boah, die Reihe war eigentlich gut. Aber müsste ich jetzt nicht nochmal lesen. Oder ich habe zum Beispiel eine Reihe, die vergleichbar damit ist. Zum Beispiel, ich liebe Mars über alles. Und dann denke ich mir, okay, jetzt gibt es irgendwie eine Reihe, die ähnlich dazu ist. Muss ich sie dann behalten? Ein konkretes Beispiel ist zum Beispiel Wolf Girl and Black Prince und Beast Boyfriend. Die haben beide so eine ähnliche Thematik. Aber ich dachte mir, okay, welche davon behalte ich jetzt? Sakei Kawa ist schon so eine Mangaka, die ich sehr, sehr gerne mag. Zum Beispiel Bad Boy Yagami. Die werde ich zum Beispiel behalten, weil ich mir so denke, ich weiß nicht warum. Ich brauche noch von diesem toxischen Setting, brauche ich dann eine Reihe. Und das ist dann diese, die da bleiben wird. Und dann habe ich zum Beispiel die liebe Verena gefragt. Welche Reihe würdest du behalten? Beast Boyfriend oder Wolf Girl and Black Prince? Und dann hat sie direkt gesagt, Wolf Girl and Black Prince. Ich war so, okay, die andere Reihe kann raus. Und so bin ich halt vorgegangen, weil ich mir dachte, okay, wenn es sich rein ähneln, dann behalte ich eben die, die ich mir enjoyed habe. Das allerschlimmste Gefühl beim Manga lesen, das ich erfahren habe, ist, wenn man abschweift. Wenn du plötzlich in Gedanken schwelgst, keine Ahnung, über den Arbeitsalltag oder du guckst aus dem Fenster oder du denkst an andere Dinge oder der Blick auf die Seitenzahl. Du guckst, okay, du bist jetzt in der Hälfte vom Band und denkst, okay Gott, wann ist es vorbei? Das hatte ich. Und sobald sich Manga lesen, unser Hobby wie Arbeit anfühlt, das ist super schade. Und so sollte es wirklich nicht sein. Und für mich ist es jetzt auch ein Punkt, wieso sollte ich jetzt zum Beispiel einen Manga zu Ende lesen, der vielleicht super im Hype ist und der super beliebt ist, aber mir nicht zusagt, dass ich am Ende eh nur negativ drüber sprechen kann. Denn dann kann ich ja nicht mitreden, boah, die Reihe war so super cool, sondern hey Leute, ja, ich habe mich bis zum Ende durchgequält, obwohl ich schon super viele Anzeichen hatte, dass ich da überhaupt keinen Bock drauf habe. Und ich kann jetzt mit euch nur negativ drüber reden. Klar, es kann cool sein, wenn man zum Beispiel sich unterhält oder Diskussionen führt mit negativen und positiven Punkten, dass man eben ein Gespräch, ja, zum Beispiel über Berserk hat. Da gibt es vielleicht Leute, die Berserk nicht so gut fanden und Leute, die Berserk mir gut fanden. Und das ist interessant. Aber für mich ist es halt einfach so, ich kann jetzt auch mitreden, wenn ich die Reihe abgebrochen habe. Da brauche ich es nicht bis zum Ende gelesen haben. Und klar, es ist ein Werk, das eigentlich dazu da ist, dass man es komplett liest. Aber für mich ist einfach dieses Enjoyment das Wichtigste. Und wenn mich dann jemand dafür judgt, dass ich das Werk nicht zu Ende gelesen habe, dann ist es so. Ich meine, für wen liest man den Manga? Für andere oder für sich selbst? Aber was mache ich denn jetzt? Wie gehe ich jetzt damit um, wenn ich merke, okay, ich kann sie nicht direkt verkaufen, das schaffe ich einfach nicht? Dann würde ich sagen, Leute, greift zu den Leseproben. Ich bin eigentlich überhaupt kein Fan von Leseproben, weil ich einfach, ich bin zu faul gewesen. Ich habe dann lieber ein Band gelesen, statt eine Leseprobe. Aber bevor ich eine Reihe anfange, werde ich entweder darauf warten, dass andere Leute diese Reihe anfangen zu lesen, dass ich schon mal so einschätzen kann, okay, wie gefällt denen denn diese Reihe? Zum Beispiel die neue Sakai Kawa-Reihe, also von der Peace Boyfriend-Manga-Kan von Bad Boy Yagami, die wollte ich eigentlich anfangen. Und es ist halt wieder Romance und das ist bei mir also super schwierig. Und dann habe ich zum Beispiel gesehen, wie die da drüber gesprochen haben. Die haben positiv drüber gesprochen, aber ich habe einfach gesehen, dass dieser ganze Plot super toxisch ist und das würde mir sowieso nicht zusagen. Dementsprechend kann ich jetzt sagen, okay, die Reihe muss ich gar nicht erst anfangen. Dann habe ich diesen ganzen Prozess nicht, dass ich die Reihe dann abbrechen muss oder keine Ahnung, was damit dann veranstalten muss, wenn ich es dann verkaufe oder mich durchquede oder sonst was. Ein weiterer Punkt ist, dass man Reihen pausieren kann. Man kann zum Beispiel sagen, okay, die Reihe ist gerade überhaupt nicht für mich. Ich will jetzt erstmal gucken, vielleicht bin ich einfach in der falschen Stimmung. Ich pausiere die Reihe erstmal. Ich persönlich würde es dann machen, dass ich wirklich die Reihe pausiere aus, dass sie von Eckmann oder sonst was, dass sie schnell vergriffen geht oder sonst was. Ich würde es jetzt persönlich nicht weiterkaufen, weil ich mir so denke, okay, dann gebe ich die ganze Zeit Geld dafür aus und vielleicht ist es wirklich nichts für mich und dann muss ich die Reihe verkaufen. Und man macht auf jeden Fall Verluste, Leute. Man macht Verluste. Das ist kein Gewinn, den man hier hat. Ich werde so viele Verluste machen durch diese tausend Manger, das glaubt ihr gar nicht. Also das ist auf jeden Fall hier kein Gewinn, den ich mache, sondern ich verliere. Damit muss man dann halt einfach zurechtkommen und vielleicht kann man dann dagegen steuern, indem man einfach Leseproben liest oder rein pausiert und noch nicht weiterkauft, sondern sagt, okay, ich warte jetzt erstmal, probiere es dann vielleicht nochmal von vorne, mache ein Re-Read von den ersten drei Bänden und gucke dann, ob es dann besser ist oder ob es mir dann gut gefällt oder eben nicht. Am Ende geht es eben um die Lesezeit, um den Spaß, den wir mit unserem Hobby haben und es lohnt sich einfach überhaupt nicht, sich durch gewisse Reihen durchzuquälen. In meinen Augen, wir sollten einfach unsere Zeit effektiv und besser nutzen, um Spaß in unserem Hobby zu haben. Und ich denke, es ist so das Wort zum Sonntag, weil ich nehme das Ganze an einem Sonntag auf und ich wünsche euch auf jeden Fall einen wundervollen Tag. Lasst mich bitte in den Kommentaren eure Meinung zu dem ganzen Thema, ja, wissen. Ihr könnt euch auch gerne untereinander austauschen, wäre super interessant, einfach mal einen Endblick in eure Sichtweisen zu bekommen und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal, bis zu einem neuen Video. Tschüss und Dankeschön fürs Zuschauen.